Vor kurzem habe ich den Tag an sich gespielt und dann war ich so ein bisschen aufgeregt und dann hat der Techniker gesagt, geh, tu dich nicht runter, entspann dich, jetzt stehst du einfach alle Leute im Publikum nackert vor. Dann bin ich ausgegangen auf die Bühne und habe mich so umgeschaut und habe mir auch gedacht, nein, der hat sich die Leute aber vorher auch nicht umgeschaut.